Fokus Europa Europa in Fokus Beitrag Wenn du dir die aktuelle Lage in Europa anschaust, besonders in Bezug auf junge Menschen, was würdest du dann dazu sagen? Wir beobachten in Europa und vor allem in Südeuropa eine Jugendarbeitslosigkeit von teilweise über 40%. Auch unter Jugendlichen ist die Zustimmung für populistische, rechte bis rechtsextreme Meinungen immer gesellschaftsfähiger. Das sehen wir auch teilweise am Beispiel, am Zuspruch in Griechenland für die Partei Die Goldene Morgenröte, die Zustimmungswerte von über 20% erhalten, wo auch ein großer Teil jugendlicher Wähler dabei ist. Oder auch hier in Deutschland die jetzt in vielen Medien auftauchende Parteialternative für Deutschland, die sich im neorechten Grauzonenbereich bewegt. Also die Hoffnungslosigkeit und Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen äußert sich in Fatalismus und in rechtsextremen Positionen. Das hängt meiner Meinung nach mit der europäischen Krisenpolitik zusammen, die maßgeblich von der Troika, also dem Internationalen Währungsfonds, der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank vorangetrieben wird. Wie wir das täglich auch in den Nachrichten mitbekommen, besteht diese Krisenpolitik in einem Dreiklang von Liberalisierung, Privatisierung und Sozialabbau, also das klassische Schema der Autoritätspolitik, die zu einer Verschärfung der Krise führt. Und dagegen will Blockupy agitieren. Also ihr wollt euch nicht in die Verhältnisse fügen, sondern ihr wollt vielleicht sogar was daran verändern. Was schwebt euch da denn vor? In Griechenland, Spanien, Portugal haben ja schon Millionen gestreikt, demonstriert und Plätze besetzt. In Deutschland, dem Herzen des Krisenregimes, die europäische Krisenpolitik wird von der Bundesregierung und Angela Merkel maßgeblich bestimmt. In Deutschland bleibt es bisher ruhig. Blockupy will aber auch hier diese vereinzelten Proteste, diese vereinzelten Arbeitskämpfe bündeln und auch zeigen, dass auch die Politik der Bundesregierung nicht stellvertretend für Deutschland dastehen kann. Blockupy will eine Alternative aufzeigen für ein gemeinsames, geeintes Europa und für Solidarität mit den europäischen Krisenländern. Warum glaubst du denn, dass es hier, obwohl du sagst, wir sind hier im Herzen des Krisenregimes, warum gibt es hier so wenig Protest jetzt im Vergleich zu Spanien zum Beispiel? Uns geht es ja verhältnismäßig, wie immer betont wird, gut. Wir sind, was in vielen Debatten nur verkürzt oder gar nicht hervorkommt, wie beispielsweise, wenn die Bild von Pleitegriechen redet, Deutschland ist der Profiteur der bisherigen EU-Politik. Wir haben die wirtschaftliche Schwäche der südeuropäischen Länder, konnten wir ausnutzen mit einem Exportüberschuss und haben maßgeblich eben davon profitiert, dass wir seit der Agenda 2010 sehr niedrigen Sozialstandards sehr billig produzieren konnten. Und auf Basis dieses Exportüberschusses basiert momentan noch diese wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Klar, und bei uns ist die Krise noch nicht so angekommen. Bei uns ist das eher ein schleichender Prozess, als dass es eine sehr hohe Arbeitslosigkeit gibt, wie in Griechenland, Spanien. Und deswegen verhalten sich momentan noch viele Leute sehr ruhig. Es gibt noch keinen Aufschrei mitten in Deutschland. Jetzt haben wir ja gerade schon über diese Gründe geredet, die es gäbe für den Aufschrei. Aber es ist ja im Allgemeinen oft so, dass es ganz viele Dinge gibt, über die man sich empören kann. Gibt es denn was, was dich speziell dazu bewogen hat, dich bei Blockupy zu engagieren? Ja, zum einen ist es die Vision eines geeinten Europas, eines Europas, was zusammenhält, was solidarisch zusammenarbeitet, was gerade durch die Autoritätspolitik der EU, dem wird sehr stark entgegengewirkt. Es werden alte Feindbilder wieder geschürt, wie gesagt, von den faulen Südeuropäern oder genauso in Griechenland von den Deutschen. Also der Prozess, den wir seit dem Zweiten Weltkrieg eines zusammenwachsenden Europas erlebt haben, der gerade wieder in die entgegengesetzte Richtung geht und nationalistische und rechtsextreme Äußerungen, Meinungen immer gesellschaftsfähiger werden. Andererseits ist der zweite Punkt, weswegen ich mich bei Blockupy engagiere, derjenige, dass wir seit den 20, vielleicht sogar 30 Jahren eine Neoliberalisierung des gesamten Arbeitsmarktes und der gesamten Gesellschaft vorfinden, die bereits gesagt immer weiter in Richtung Privatisierung, Liberalisierung und dem Abbau sozialer Standard geht. Und dem will ich entgegenwirken. Dem will Blockupy entgegenwirken.